Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute liefere ich euch eine Übersicht über vegane Apps und wie sie uns den Alltag erleichtern. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche, habt ein bisschen am Strand gelegen und irgendwie den Klimawandel bewundert oder so. Das war nämlich ziemlich warm, ich weiß nicht, ob bei euch, aber bei mir war es fast sommerlich zwischendurch. Aber nein, den Klimawandel gibt es natürlich nicht. Ich will gar nicht so zynisch beginnen heute. Ich bin ein bisschen durch, das sage ich ganz klar, da will ich auch ehrlich sein. Ich hatte sehr wenig Schlaf und ich bin sehr, sehr kurz vor knapp dran mit der Abgabe dieser Folge. Ich hatte eine sehr wunderbar aktive und volle Woche, aber ja, ich bin ganz schön durch. Wenig Schlaf, viel Arbeit. Deswegen wird es heute ein bisschen mehr Rock'n'Roll als sonst vielleicht. Also entschuldigt das ein oder andere Äh oder Öh, was da etwas häufiger passiert als sonst. Denn ich habe nicht nur einen sehr erfolgreichen Abend am Freitag gehabt, wo ich sehr vielen Menschen, die sonst nie vegan essen, ein bisschen vegan präsentieren konnte und die alle sehr zufrieden waren mit dem unglaublich komplexen Bolognese-Rezept, was ich da gezaubert habe. Außerdem sitze ich gerade an drei verschiedenen Fotoprojekten, von denen sich zwei Serien direkt mit Veganismus beschäftigen und vegane Projekte oder vegane vorstellen. Und ja, ich mache nämlich nebenberuflich immer mehr Fotografie und baue mir das so auf. Und auch da habe ich eben diesen wachsenden Drang, meine Passion zu verbinden mit etwas Größerem, um da irgendwie mit etwas Gutes zu tun und nicht einfach nur Fotos zu machen, um der Fotos willen. Und da habe ich mir als Neujahrsvorsatz gedacht, komm, such dir einfach mal ein paar Fotowettbewerbe raus. Das habe ich nie gemacht, hatte ich immer irgendwie auch Schiss vor, aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach mal und bam, irgendwie hatte ich dann plötzlich sieben verschiedene Fotowettbewerbe mir rausgesucht, wo ich jetzt innerhalb von vier Monaten mehrere Projekte einreichen muss. Und da versuche ich eben, so viele Projekte wie möglich mit Veganismus zu verbinden und das ist super spannend. Und ich kann es euch nur empfehlen, sucht euch direkt am Anfang des Jahres irgendeine Herausforderung und fangt sie einfach mal an, ohne zu lange drüber nachzudenken. Denn, und das merke ich jetzt auch gerade, wo ich euch das so erzähle, das ist ein ganz schöner Arschtritt an Motivation. Ja, ich meine, in meinem Hirn bildet sich gerade ein ziemlicher Panikschweißfön, auch wenn ich nicht weiß, ob man im Hirn wirklich schwitzen kann, aber ich glaube, ich schon. Und ich merke trotzdem, dass ich jetzt schon ganz viele neue Dinge ausprobiere, kreative Grenzen neu auslote und vor allem eine Menge, Menge spannender Menschen kennenlerne, die ich sonst nie getroffen hätte. Zum Beispiel diesen Samstag beim Cube of Truth, wo mich meine liebe Frau Nicole mitgeschleppt hat, beziehungsweise ich mich mit schnappen lassen wollte, um diesen Cube mal zu porträtieren für ein Fotoprojekt. Also eine tolle Sache, das muss natürlich keine Fotografie sein, aber sucht euch irgendwas dieses Jahr, wo ihr dachtet, ey, das wollte ich immer schon mal machen und probiert es einfach mal aus. Ja, es ist eine echte Bereicherung. Und gerade das anderen Leuten erzählen, das ähnlich wie mit Fitness, dann hat man so ein bisschen mehr die Obligation, das auch zu machen oder zumindest zu versuchen. Auch wenn Yoda natürlich sagt, tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Wobei Yoda für mich nach dem letzten Star-Wars-Film nicht mehr existiert. Aber hey, ich möchte nicht in Star-Wars abgleiten, denn das würde zu einem vierstündigen Podcast führen. Wenn ihr also Bock habt, schaut euch gerne in der nächsten Zeit meine Fotoseiten an. Die Links sind in den Shownotes, wenn ihr gerne Fotos seht. Vielleicht tauchen da auch euch bekannte Gesichter auf, denn da werde ich viel zu diesen Projekten, die ich auch gerade mache, posten in der nächsten Zeit. Es tut auf jeden Fall also sehr, sehr gut, das Jahr direkt in Aktion zu beginnen, so um mal aus dem Winterschlaf hochzuschrecken, der ja über die weihnachtlichen Festtage manchmal so angeschlummert kommt. Und einfach mal sich selbst herausfordern und direkt so einen kleinen Schritt schon mal in die Richtung gehen, in die man gehen möchte. Tut saugut, finde ich. Vielleicht habt ihr eigene Vorsätze, zum Beispiel dieses Jahr vegan zu werden oder mehr selbst zu kochen oder gesünder zu essen oder Müll zu sparen oder noch mehr auf tierversuchsfreie Produkte zu achten oder oder oder. Das sind alles sehr, sehr gute Ideen. Und um euch dabei zu unterstützen, stelle ich euch jetzt mal zehn Apps vor, die euch den Alltag erleichtern. Egal ob jetzt beim Einkaufen oder sogar beim Argumentieren. Oh ja. Einige dieser Apps haben sogar korrespondierende Webseiten. Es braucht also nicht immer ein Smartphone, um diese Vorteile zu nutzen. Also heute mal ohne Interview, die erste Nicht-Interview-Folge seit 24 Folgen, glaube ich. Here we go. Ich bin ein bisschen aufgeregt und wie gesagt durch. Also los geht's. Die Links zu diesen Apps sind natürlich direkt in den Shownotes. Ihr könnt die aber auch einfach googeln oder Ecosia haben. Ecosia ist nämlich eine sehr schöne alternative Suchmaschine zu Google. Kann ich eigentlich direkt mit vorstellen. Ecosia, auch in den Shownotes, eine schöne Suchmaschine, die bei jeder Suchanfrage Bäume pflanzt. Ganz coole Sache. Kann man auch als seine Standard-Suchmaschine einstellen oder auch auf sein Handy ziehen als App. Schöne, schöne Sache, um ein bisschen was für die Welt zu tun. Also wenn ihr nicht googeln oder Ecosiaen wollt, jetzt aber los. Als allererstes auf der Liste, weil ich diese App am allerlängsten schon benutze, ist natürlich, wie kann es anders sein, Happy Cow. Eine wundervolle App mit einer korrespondierenden Seite, die erschreckend wenige Leute kennen, habe ich so im Alltag festgestellt, aber eine wunderwundervolle App. Das ist eine leider nur auf Englisch erhältliche App, die aber sehr leicht verständlich ist. Und die gibt es, wie gesagt, als Website, als auch für iOS-Geräte, also für iPhone und Co. Und da findet ihr vegane, vegetarische oder veganfreundliche Restaurants, Cafés, Bars oder Geschäfte. Es gibt sehr viele Bilder von Nutzern, von Besuchern dieser Restaurants. Man kann selber Rezensionen schreiben und es gibt eine sehr lebhafte Community. Also man findet eigentlich zu jeder Location schon irgendwelche Rezensionen oder Erfahrungsberichte oder Bilder, um sich da ein Bild zu machen, wie fanden die Leute das. Und es gibt natürlich auch zu jeder Location eine Beschreibung. Es gibt eine Kartenfunktion, mit der sich die Locations sehr leicht finden lassen, auch an fremden Orten. Die App ist weltweit. Also da habe ich schon im Ausland coole Spots gefunden. In Wien habe ich zum Beispiel damit eine supergeile Eisdiele gefunden. Man kann auf der Happy Cow Webseite, ich weiß nicht, ob in der App auch, aber auf der Webseite auf jeden Fall, Einträge machen. Das heißt, wenn ihr einen Geheimtipp entdeckt habt oder zum Beispiel das Restaurant um die Ecke, vielleicht nicht vegan ist, aber eine supergute vegane Pasta macht, dann könnt ihr selbst die Initiative ergreifen und die Plattform damit noch erweitern und anderen damit in Zukunft helfen. Also sehr, sehr coole App. Die Webseite hat auch einen Blog zu verschiedenen Themen. Man kann sich Tipps einholen oder einfach ein bisschen schmökern. Man kann auch einen veganen IQ-Test machen, habe ich gemacht, aber den fand ich irgendwie ein bisschen einseitig. Was ich schade finde, ist die App sehr teuer. Die kostet 3,99 Euro. Dafür, dass es andere Apps gibt, die ich jetzt auch vorstelle, die teilweise kostenfrei sind, finde ich das ein bisschen sehr hoch angesetzt vom Preis her. Aber ich habe es einmal gemacht und fand, dass es sich gelohnt hat, weil ich die App wirklich sehr, sehr viel nutze, wenn ich unterwegs bin. Eine Alternative, ähnlich wie Happy Cow, auch nur für iOS, wenn ich das richtig gefunden habe, ist Vagman. Also V-E-G-M-A-N, Vagman. Ganz ähnlich wie Happy Cow hat auch eine Webseite und die ist kostenfrei. Also wer eine englische App haben möchte, ist vielleicht eine Alternative für euch. Vagman. Eine deutsche Alternative zu Happy Cow ist zum Beispiel Weggehen mit V, weil wir Veganer ja alles mit V machen müssen. Und die ist auch ähnlich wie Happy Cow, allerdings für iOS und Android-Geräte. Ist ein Restaurantführer, allerdings nur für NRW. Und auch diese App hat eine Webseite nebenbei. Weggehen. Und auch die App ist kostenfrei. Die nächste App ist Vanilla Bean, auch eine schöne, schöne Restaurantführer-App. Vanilla Bean wurde entwickelt, wenn ich das richtig im Kopf habe, von unter anderem dem Besitzer des Katzentempels in München. Ein Café, wo man wirklich Katzen im Kaffeeraum hat, was ich total süß finde. Und das ist eine App für iOS und Android-Geräte. Ist komplett auf Deutsch. Und da hat man wirklich umfassende Einstellungen. Das heißt, ihr könnt einstellen, wollt ihr nur vegan, wollt ihr vegan und vegetarisch, wollt ihr omni, wollt ihr laktosefrei, glutenfrei, roh vegan, regional, fair, bio. All das sind Filter, die ihr einstellen könnt. Super, super cool. Also da findet sich wirklich für jeden speziellen Geschmack etwas und für jede Rücksichtnahme, die man damit einbauen möchte. Und wenn ihr dann auf ein bestimmtes Restaurant geht, dann kriegt ihr auch immer direkt sämtliche relevanten Labels angezeigt. Also selbst wenn ihr einfach nur sucht, was ist in meiner Nähe, dann könnt ihr direkt angezeigt kriegen, okay, dieses Restaurant ist zufälligerweise auch regional oder fair, bio, glutenfrei, irgendwas. Ihr könnt auch Bewertungen abgeben, Bilder hinzufügen oder ihr könnt neue Entdeckungen teilen, zum Beispiel auf Facebook. Das ist ganz cool. Und die Beschreibungen sind sogar noch ausführlicher, habe ich das Gefühl, als bei Happy Cow. Die Locations sind super leicht zu finden und die Öffnungszeiten sind natürlich auch dabei. Und das Schöne ist, auch die App ist komplett kostenlos. Also die darf eigentlich auf keinem Smartphone fehlen, finde ich. Die nächste App, die ich vorstelle, ist CodeCheck. CodeCheck ist eine App, die ich seit September habe, nämlich seit ich die Herrschaften davon auf der Veggie World in Düsseldorf kennengelernt habe. CodeCheck ist eine supergeile App. Die ist kostenlos, auch für iOS und Android-Geräte, also eigentlich für jeden erhältlich quasi. Und CodeCheck, wie der Name schon suggeriert, ist eine App, mit der ihr Produkte suchen könnt. Ihr könnt nämlich Codes checken, unter anderem Barcodes scannen. Ihr könnt aber auch einfach so mit einer Suchfunktion bestimmte Produkte suchen. Und das ist an sich keine rein vegane App, aber ihr könnt, wenn ihr Produkte sucht, den Filter vegan einstellen. Und nicht nur das, ihr könnt in den Suchfilter einstellen, ob ihr auf Silikone achtet, wie viel Fett da drin sein soll, Zucker, Palmöl, super wichtig, Mikroplastik und und und. Also ihr könnt euch wirklich einen sehr personalisierten Filter da zurechtlegen und daraufhin dann Produkte suchen. Und dann, wenn ihr eben im Supermarkt steht und nicht wisst, ist das wirklich vegan, obwohl es nicht gelabelt ist oder so, könnt ihr dann rausfinden, ist das Produkt vegan oder enthält es eben Palmöl oder oder oder. Also wirklich super, super praktisch. Außerdem gibt es in der App Tipps und Co. und einen Blog und teilweise auch noch irgendwie Rezepte und was weiß ich alles. Also sehr umfangreich. Ich finde es ja cool, dass solche Apps teilweise noch irgendwie Blogs und was weiß ich dabei haben. Die App finanziert sich über Werbung. Das heißt, ihr kriegt Werbung zwischendurch angezeigt. Deswegen ist sie halt kostenlos. Und was ich einen Nachteil fand bei mir war, dass sie relativ lang zum Starten braucht. Also ich warte da meistens echt einige Sekunden und das stört mich dann, wenn ich gerade echt so zwischen Tür und Angel irgendwas nachgucken möchte. Aber letztendlich nehme ich sie in Kauf, weil die App ist kostenlos. Also da will ich jetzt auch nicht so sehr meckern. Die nächste App ist der PETA 2 Einkaufsguide oder PETA 2. Ich weiß nicht, PETA 2. Ich weiß nicht, wie man es korrekt ausspricht, um richtig cool zu sein. Also der PETA 2 Einkaufsguide. Das ist auch kostenlos und für iOS und Android Geräte. Ihr könnt hier einfach nach Märkten sortiert schauen. Zum Beispiel welche Produkte, zum Beispiel bei Rewe, Edeka, Lidl, all die DM und Co. alle vegan sind. Das ist sehr übersichtlich alphabetisch sortiert und nach Kategorien sortiert. Ihr könnt zusätzlich bestimmte Produkte suchen oder in der App Neuigkeiten im Blog nachlesen. Ich finde es sehr angenehm, wenn ich dann planlos im Supermarkt stehe und irgendwie gerade kein spezielles Produkt checken will, sondern einfach gerade wissen will, okay, ich habe Hunger. Was hier ist vegan? Und dann kann ich das in der PETA 2 Einkaufsguide-App einfach checken. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Eine weitere App, die ich nicht benutzt habe bisher, aber die sehr schön ist für jemanden, der vielleicht gerade vegan geworden ist, aber sich noch nicht so auskennt oder jemand, der jetzt den Jahresvorsatz hat, ein bisschen mehr zu kochen, ist die Vegan-Kochen-App. Die gibt es nur für iOS und die kostet auch 2,29 Euro. Also leider nicht umsonst. Aber das ist eine wundervolle App, wo ihr ganz, ganz viele Rezepte findet, die vegan sind, wo ihr auch die Personen ausrechnen könnt. Das heißt, ihr könnt die Portionen und die entsprechenden Zutatenmengen ganz einfach anpassen. Sehr, sehr schön, wenn man gerade kein Kochbuch wälzen möchte oder kein Kochbuch hat oder unterwegs ist oder bei Freunden und da irgendwas schnell zusammenpanschen möchte. Dann ist die Vegan-Kochen-App auf jeden Fall eine gute Hilfe. Auch eine wundervolle Unterstützung fürs Einkaufen ist die Wer-macht-was-App von Animals Liberty. Ähnlich wie CodeCheck kann man hier Produkte suchen und überprüfen, ob die vegan sind. Das hat dann so ein Ampelsystem, also Rot steht dafür nicht vegan, Gelb steht für tierversuchsfrei, aber nicht vegan und Grün steht dann eben für komplett vegan. Ist auch für iOS und Android, ist auch kostenlos. Ich finde, es ist eine etwas begrenzte Produktpalette im Gegensatz zu CodeCheck. CodeCheck hat ja wirklich Millionen von Produkten registriert und ich habe das Gefühl, da ist es eine App, die etwas mehr auf Kosmetik zugeschnitten ist und da habe ich schon häufiger Sachen mal nicht gefunden. Deswegen benutze ich die nicht ganz so häufig, aber sie ist halt kostenlos und ist letztendlich, nimmt ihr nicht viel Speicherplatz weg und sie ist eine gute Ergänzung, falls ich zum Beispiel bei CodeCheck mal was nicht finde oder so. Zwei ganz, ganz wichtige und super coole Apps kommen jetzt am Schluss und das ist zum einen Daily Dozen von Dr. Michael Greger. Ich habe die vor ein paar Folgen mit der Stina Spiegelberg schon mal erwähnt. Dr. Gregers Daily Dozen, also tägliches Dutzend. Dr. Michael Greger ist einer der renommiertesten Ärzte aus den USA, die sich mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Er hat auch eine wundervolle Website nutritionfacts.org. Der hat ein ganz großartiges Buch geschrieben, habe ich mir sagen lassen, How Not to Die, wie man nicht stirbt. Hat dazu auch gerade ein Kochbuch ausgebracht und da geht es wirklich um gesunde Ernährung. Und in dieser App könnt ihr das ganz, ganz einfach abhaken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr habt nämlich eine einfache Übersicht und Abhackliste, was ihr heute schon gegessen habt an verschiedenen Nahrungsmitteln. Ob das jetzt Hülsenfrüchte sind oder grünblättriges Gemüse oder Obst und wie viele Portionen man davon optimalerweise braucht. Da ist auch zum Beispiel Sport mit bei oder Exercise, also letztendlich nicht unbedingt Sport, aber schon Bewegung. Und das könnt ihr dann ganz einfach abhaken und sehen, wie viel Prozent dieses optimalen Zustands habt ihr erreicht. Ich habe da noch nie 100 Prozent erreicht, aber es hilft mir einfach zu sehen, hey, ich habe heute noch gar keine Hülsenfrüchte gegessen und die sind echt super wichtig. Wie viel davon ist es eigentlich optimal zu essen und wie viel sollte ich zum Beispiel Nüsse essen oder oder oder. Also das ist schon sehr einfach strukturiert, leider nur auf Englisch, aber auch da kostenlos auch für iOS und Android Geräte und für jeden zugänglich. Und es ist wirklich leicht verständlich. Also das Einzige, was man da vielleicht mal nachgucken muss, ist, dass die Portionsangaben, was genau ist denn jetzt eine Portion Obst, die sind teilweise in diesem englischen Maß, also dann irgendwie one cup of, also eine Tasse von irgendetwas. Das ist dann nicht unbedingt immer sofort ersichtlich, aber wenn man sich da einmal ein bisschen reindenkt, dann ist das super easy und hat bei mir zum Beispiel dazu geführt, dass ich jetzt sehr viel Hummus esse, einfach um meinen Hülsenfrüchtebedarf deutlich mehr zu decken und dass ich viel mehr darauf achte, dass ich zum Beispiel täglich möglichst Leinsamen esse und dass ich viel mehr darauf achte, genug Nüsse zu essen und und und. Also das ist schon eine coole Stütze, um die Gesundheitsaspekte der täglichen Ernährung so ein bisschen mehr im Auge zu haben, ohne dass man sich da jetzt ein Bein ausreißen muss für. Die letzte App, die ich euch heute vorstellen möchte, heißt KeinerFliege. Und nein, meine Grammatik ist noch nicht komplett aus dem Fenster, sie heißt wirklich KeinerFliege. Und die Seite dazu heißt KeinerFliege.de. Also offensichtlich KeinerFliege etwas zu leidetun, äh, zum Mitschreiben für diejenigen, die diesen Soundfall noch nicht verstanden haben. Und KeinerFliege ist ein wunderbares Paket an Infos und das alles kostenfrei für iOS und Android-Geräte. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass mir das einmal empfohlen wurde. Und ich glaube, es gibt nicht viele, die diese App kennen. Also ihr habt da komplett kostenlos eine Datenbank mit Hunderten von Inhaltsstoffen. Ihr habt alle als E-Nummern zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe, was ein Riesending ist. Wenn ihr also irgendwo nicht sicher seid, E472 ist Beta-Carotin oder sowas, dann könnt ihr sagen, okay, das ist pflanzlich. Und ihr kriegt das auch alles als pflanzlich deklariert. Also das ist super, super cool, dass zum Beispiel Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren aus Tieren kommen können. Das könnt ihr da nachlesen. Ihr habt vegane Alternativen zu Tierprodukten. Ihr habt Grundzutaten und Rezepte da drin. Ihr habt wichtige Vitamine und Mineralstoffe im Nährstoffporträt, wie die das nennen. Ihr kriegt Hilfe bei der Umstellung. Ihr kriegt Tipps zur Reisevorbereitung und für unterwegs. Ihr habt einen Saisonkalender. Ihr könnt Favoriten machen, dass ihr euch eine Favoritenliste erstellt, um da einfach schneller auf die entsprechenden Seiten zu kommen. Ihr habt eine Notizzettelfunktion für Einkaufslisten oder eigene Rezepte. Ihr habt eine Suchfunktion. Und der absolute Hammer, weshalb ich diese App überhaupt erst runtergeladen habe, ihr habt 60 Argumente für den Veganismus. Und zwar so dargestellt, dass es die Antwort ist auf ein Gegenargument zum Veganismus. Zum Beispiel, wir haben schon immer Fleisch gegessen, deswegen müssen wir das auch weiter tun. Da habt ihr eine Antwort drauf. Das heißt, gerade wenn ihr nicht so sicher seid oder wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie ihr auf etwas reagieren sollt oder wenn ihr gerade ganz frisch vegan geworden seid und eure Familie fragt euch, warum zur Hölle? Und wir müssen noch Fleisch essen, weil wir es schon immer gegessen haben. Ihr könnt euch ganz in Ruhe diese App durchlesen oder sogar, wenn ihr im Gespräch seid und euch eine sehr schöne, faktisch dargelegte Antwort durchlesen und zu eigen machen. Und das finde ich unglaublich hilfreich, gerade wenn man irgendwie durch ist, wie ich gerade zum Beispiel. Wenn mir da jemand einfach von der Seite kommt und mit irgendeiner Frage kommt, die ich vielleicht gerade gar nicht auf dem Schirm habe, dann kann ich einfach in diese App schauen, sagen, Sekunde bitte und kann deutlich besser argumentieren. Also wirklich eine App für bessere Kommunikation, aber die auch so vollgepackt ist mit Infos und das halt alles für umsonst. Leute, die Infos sind echt da. Man braucht sie sich nur zu pflücken. Es ist unglaublich. Also da bin ich sehr dankbar im Zeitalter der Social Media und Smartphones zu leben. Was mich allerdings stört bei diesen Apps ist, für fast alle braucht man Internet für diese Suchfunktionen. Und ich hatte schon häufiger im Supermarkt kein Netz, gerade dort, wo ich entsprechende Apps brauche und das ist ein dicker Minuspunkt, wie ich finde. Wobei ich bei keiner Fliege zum Beispiel für fast nichts oder sogar für nichts Internet brauche. Also das ist schon echt cool. Und übrigens, ich werde von keiner dieser Apps gesponsert. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Das ist alles meine Meinung, die ich damit kundtue. Ich habe nicht alle Apps super viel benutzt und das sind meine persönlichen Empfehlungen dieser Apps. Das war's schon. Ich fühle mich ein bisschen komisch, weil ich keinen Interviewgast hatte und diese Folge keine 40 Minuten sind. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, es hat sich nicht zu lange angefühlt, obwohl es kürzer war. Aber es gibt eben eine Menge, Menge Apps, die ich euch unbedingt vorstellen wollte und ich möchte einfach wieder reine Infofolgen hier mit reinpacken, um euch einfach mehr Tipps und Tricks an die Hand zu geben, wie ich sie ja im Vorspann auch immer sage. Und es waren auch natürlich noch nicht alle Apps, die es da draußen gibt. Wenn euch also irgendwelche einfallen oder welche ihr ständig benutzt, die jetzt nicht dabei waren, schreibt uns die gerne, dann können wir die auch nochmal teilen. Die Apps sind teilweise sehr ähnlich, aber in ihrer Bedienung oder in ihrem Feeling sind sie dann doch ein bisschen anders zu handhaben. Also sucht euch einfach raus, was euch am besten passt. Und wie gesagt, die Links zu den Apps sind natürlich in den Shownotes. Vielen Dank übrigens wieder einmal für euer Feedback. Ich habe mich total gefreut. Also vielen Dank besonders an Ferdi. Es freut mich sehr, dass dir die Folgen nicht zu lang sind, sondern eher zu kurz. Und vielen Dank auch an Marci, dass du bei einem Wir quatschen über das Leben Podcast von Nicole und mir dabei wärst. Klingt cool, auch sowas zu machen, aber ich sitze jetzt ganz schön in der Tinte, denn dafür habe ich gar keine Zeit. Also das war nur so ein spontaner Einfall, wo ich gedacht habe, das wäre ja mal cool. Aber ich bin sicher, dass Nicole nicht das letzte Mal hier in der Sendung war und wir quatschen sicherlich auch nochmal hier ein bisschen über das Leben. Also vielen, vielen Dank für eure Rückmeldung. Das freut mich wirklich immer enorm. Und ich hoffe, diese Folge hat euch auch gefallen. Schreibt mir also gerne eure Gedanken an larsatveggieworld.de und ich freue mich natürlich auch immer über ehrliche Rezensionen bei iTunes und Co., denn das hilft uns, den Podcast bekannter zu machen und noch mehr Menschen zu erreichen. Schreibt mir auch gerne, wie euch diese Folge gefallen hat, im Sinne, dass es kein Interview war, sondern eine reine Tipps-und-Tricks-Folge. Schreibt mir gerne, was ihr für Themen habt, die euch auf dem Herzen liegen, damit wir die einbauen können. Nächste Woche geht es direkt weiter mit guten Vorsätzen, nämlich mit einem Mann, der sie ganz hart durchzieht. Ich spreche nämlich mit Ferdinand von V-Gains über vegane Fitness und wie gut das so klappt bei ihm, das hört ihr nächsten Montag. Es wird sehr sympathisch und nein, ihr müsst keine Liegestütze machen, um die nächste Folge zu hören. Also eine schöne Woche bis dahin. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ciao, ciao. V-Gain Untertitelung des ZDF, 2020